Union Berlin gewinnt das Stadtderby gegen die Hertha. Ich finde, das war auch zu erwarten. Union Berlin ist deutlich besser als die Hertha im Gesamten. Und man sieht es ja auch, die Unioner sind Zweiter in der Tabelle und Hertha ist Zweitletzter. Also ein richtig krasser Unterschied. Aber die erste Halbzeit war ganz schön langweilig. Es waren kaum Torszenen, kaum Torchancen da. Es war wirklich nicht schön mit anzusehen. Es war erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Da gab es einen Freistoß für die Unioner und auf einmal steht es 0 zu 1 für Union Berlin. Das war überhaupt nicht abzusehen, gerade wegen den wenigen Torchancen. Duiki hat es gemacht. Schönes Tor und Hertha natürlich bedient, gerade zur Pause und bitterer Zeitpunkt natürlich in Rückstand zu gehen. In der zweiten Halbzeit würde ich sagen, hat es Union Berlin relativ kontrolliert. Es war auch kein Topspiel, aber man hat dann immerhin auf 2 zu 0 oder 0 zu 2 gestellt durch Siguin und das war dann auch quasi die Entscheidung. Denn die Hertha hat es nicht mehr geschafft, so wirklich oft Torgefahr zu entwickeln und deswegen rutscht die Hertha wieder, obwohl, was heißt weiter ab, aber sie bleiben halt da unten stecken. Und Union Berlin hat die Pflicht getan, hat gegen die Hertha gewonnen und für die Hertha wird es richtig, richtig schwer. Das glaube ich und ich bin sogar der Meinung, dass die Hertha mit einer der größten Abstiegsfavoriten sein wird. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben dalassen, Abonnier nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao, haut rein!